zu Hause oder? Nein, nein, Simon hat irgendwo hinten in der Wand so eine Art Abenteuer-Parcours-Kurs oder sowas gemacht. Also ich sag euch, geht da nicht hin. Wo denn bei sich oder wo? Ja, hinter seinem Haus, glaube ich. Wo ist denn das Haus? Das ist das, was direkt hinter deinem stehen. Ach, es sind da mal im Städte? Okay. Ja. Ja. Wie wollen wir das jetzt machen? Ein, zwei, drei, vier, fünf? Weil bei dem... Ähm, gehen wir mal kurz runterholen, eine Schaufel. Weil bei ihm in seinem Abenteuerfahrt ist ein Screeper drin. Ein Screeper? Ein Screeper? Ja. Bisschen so ein Screeper. Na, ein Screeper. Ah, er ist lernfähig. Er ist lernfähig, der kleine Junge. Da geht was. Ausbaufähig. Hoffnung, nur nicht verloren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bei wem ist jetzt was in die Luft gegangen? Drei. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Sieben. Ich bin zu weit weg, als dass du es hören solltest. Bei dir einer hochgegangen? Nein. Na klar, bei dir in der Buchse ist aber bestimmt was hochgegangen. Hä? Ja, sicher. Egal ob vorn oder hinten. Es liegt an dem tollen Holz, was er hier hat. Oh, wieso? Enderman. Enderman. Äh, Felix? Was würdest du nachher davon halten, wenn wir den Zugang zur Mühle, ne? Hier so eine Brücke hier so quer rüber machen zum Turm? Eine Brücke. Hier so. 2, 2, 3, 4, 5. Äh, das sieht wahrscheinlich scheiße aus. Wieso? Der hier so direkt drüber eine riesige Brücke? Naja, ich weiß nicht. Why not? Es muss ja nicht so eine auffällige Brücke sein, weiß. Woaah! Woaah! Attacke! Attacke! Woaah! Geht mir wieder geblasen. Der hat vom Skelett abgeknallt. Hat so viel in meiner Bude und hat mich beschossen. Ich kann wieder, Alter, was geht denn jetzt ab bei dem? Ah! Attacke! Geil! Äh, so langsam seine Bude war es, maunt er da ja noch. Äh, Felix, was hältst du davon? Boden? Finde ich gut. Jut. Mach ich dann, ne? Aber ich glaub, wir müssen da noch ein paar fertig machen, ne? Weil ich glaub 56 lang nicht so ganz. Ne, wahrscheinlich nicht. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen nochmal, wie die gemacht werden. Weil ich die so selten brauchen werden. Ja, aber knapp die Hälfte langs. Ah, shit. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Ah, der Marc hat sich auch ein Dings gebaut. Ähm, ich setz mal die Werkbank hier innen rein, ne? Einfach mal so. Jo. Rein informativ. Okay. Äh, Felix, kannst du mir nochmal kurz sagen, wie die Steine hier gemacht werden? Ne, ich weiß das jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Ähm, vier, äh, äh, gebrannte, ne? Genau. Okay. Kann man hier irgendwo... Oh, nice, 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 nice. Ich hoffe, dass hier nicht zu laut ist. Mais, nice, 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 nice. Schritt für Schritt. Ja, man muss ja nicht unbedingt übertreiben, ne? Oh. Kann ja auch mal Inventar drücken und dann einfach mal untergehen. Und jetzt auch gleich hier von dem, äh, Zipfel hier oben ins Wasser springen können. Ja, daran halt gerade nicht gedacht. So. Haben wir überhaupt noch gebrannten Stein? Ja. Hat sie doch vorhin welche in die Kiste gepackt. Ach, stimmt ja. Und beim Lager stehen mal wieder die Türen auf. Sag mal, wir hätten hier schon wieder die Türen nicht zugekriegt. Weil ja hier nicht. Habt ihr Kohle im Lager? Bestimmt irgendwo. Äh, keine Ahnung. Wenn die hier... Äh, ich hab auch noch auf dem gesprannten Stein grad drin drin, ja. Weil ich grad selber brenne. Was ist da? Hm. Ein Steak? Land. Oder? Ein Steak? Ein Steak ist immer wieder. Äh, ach so, ja. Ne, stimmt. Passt schon, Marc. Wollt grad sagen, vergiss nicht Tür zuzumachen. Oh ja, hast du ja gemacht gehabt. Weil wir bräuchten definitiv einen schnelleren Zugang als den jetzigen. Immer hinten hinterm Holzhaus lang. Ich bin eigentlich der Meinung, es würde eigentlich geil ausschauen, wenn da noch so eine zweite Brücke wäre eine etwas höher gelegen. Meiner Meinung nach würde es gut reinpassen. Was haltet ihr davon? Ja. Äh, hier von der Windmühle aus. So. Loll. Hey, Felix. Was? Du brauchst doch Holz, ne? Wieso? Äh, hier oben. Guck mal da, die Kiste. Nee, oder? Ne, hab schon rausgenommen. Ich hab mal ne Frage. Äh, nimm mal die Kiste mit. Können wir hier oben gebrauchen was hast. Jetzt kann ich die Bäume wechseln. Welche Bäume? Ja. Wo sind denn die da? Wo bist du denn da? Ja, hinten da. Äh, ja klar. Ja klar. Die kannst du mitnehmen. Ja. Bring mal die Kiste mit hoch, ne? Dann können wir unsere Rohstoffe dann zwischenlagern. Ja. Ich mach mal fix den Boden fertig. Jo. Ach so, mal mehrere Türen rein, oder? Kann das sein? Ach so, ne, gut schon, okay. Ja, ich pack die Türen. Ja, ich hab jetzt mitge... Ich... Ah ja, genau. Ne, ich hab jetzt mitgegeben, weil du vorerst gut gesehen hab, dass du da Rohholz rein haust. So. Da ist die Kiste. Was hast du da genommen? Eichenholz, ne? Jo. Eichenholzbretter. Brauchst du noch ein paar mehr, oder? Äh, ich hab relativ viele. Okay. Ähm, drei Stacks und 33. Langt dir das? Ja. Und 43 Birkenholz. Ja, stimmt. Ich hab auch noch... Äh, zwei Stacks Fackeln dabei, zu Not. Ich hab dir da noch 17 Äpfel reingelegt, falls du was zum Essen brauchst, ne? Okay. Jo. Oh, 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 oh. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Jetzt will ich Creeper oben bei der Baumform. Ich wär angegriffen. Das sind Creeper. Na hab ich doch gesagt Creeper. Ne. Bei der Baumform? Jaaaa. Jaaaa. Ey, pass auf, da ist nur eine Ebene an, äh, an Material, ne? Oh. Zu spät. Zu spät. Dann hab ich sogar, dann hab ich sogar gehört. Wo ist der hochgegangen? Ja. Bei mir hier. Oben? Ja, auf der A&M. Ey, da kommt ein Zombie mit Goldrüstung. Ja, den wollte ich ja eigentlich nehmen und dann kommt mir das Creeper entgegen. Creeper. Ich weiß nicht, doch. Ja. Boah. Dann werd ich erst mal vom Zombie-Fan nach unten gehauen. Scheiße, guck dir das mal an. Alten. Ey, lass den Zombie mitgegen. Genau, den Creeper, nicht den Zombie. Ah, jetzt sind sie alle verreckt. Jawoll, noch mehr. Ja. Hopp, komm, du auch noch. Das gibt's nicht, jetzt muss ich zu dem hochkommen. Ey, da kommt von rechts noch einer, pass auf. Von rechts oben. Oh, das ist ja nicht. Hey, stell dir. Der ist grad runter. Jawoll. Der dreht sich erst mal im Kreis. So. Oh, yeah. Oh, Eisen. Lol. Wieso fehlt hier oben an unserer Brücke Sound? Der steht doch wieder. Drahtmog abgebrochen. Mark. Was denn? Der Creeper explodiert. Und dann hab ich den Zaun wieder hingebaut. Ja, ein Zaun. Nein, ne komplette Reihe, sechs Stück. Na, da ist aber keiner. Na, ich hab ihn da aber hingemacht. Aschen. Jasmin? Ja. Jasmin, die sitzt neben mir, ne? Hier, schau. Ja, ich seh das wirklich. Warte, ich hab die Kamera. Ja, geh mal hin. Dann ist, wenn du zu mir zum Haus hinter gehst, oben auf der Brücke. Ja, kommt grad hoch zu dir. Wir wollen Beweise. Sag du mal Bescheid, ob der Zaun steht oder nicht. Wo? Links von dir. Links. Das ist gar, wo ich jetzt bin. Ja, genau. Und jetzt zu mir hoch. Hä? Wo bist du? Links. Dreh dich links. Ja, da ist ein Pfeiler, steht da nur. Ja, genau. Da steht ein Pfeiler und das war. Schatz, komm rüber gucken. Ja. Aha, deswegen geht Felix auch geduckt am Rand lang, ne? Damit er nicht runterfällt. Das ist aber gut. Ich hab's gesehen. Das war auch. Das war auch. Arbeite, was? Hey, Felix, da fehlt die Fackel um drauf. Weißt du auch, ne? Zapping? Ja, stimmt. Da brauchen wir eine Redstone-Fackel. Genau. Das hab ich immer noch auf der Festplatte drauf. Das wird langsam mal Zeit zum Hochladen, ne? Stimmt. Der Quoten-Türke. Aber wir wollen ja nicht zu viel verraten. Gott, ey. Können wir ja mal irgendwann mal auf den Sonntag legen bei YouTube und da mal als Special reinhauen, oder? Also Leute, damit ihr Bescheid wisst, einfach mal Sonntags zwischendurch mal reinschalten und mal gucken, was da alles wird. Ah nein, jetzt kommt's mir gerade. Wo du Special sagst. Was? Ich wollte am Anfang mich richtig toll freuen, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir nämlich schon über die 100. Folge hinaus. Im Ernst? Ja. Scheiße. Mach bei der 150. Mensch. Mach bei der 200. Toll. Hä? 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 Aha, okay, gut. Ich geh mal ins Lager, ich besorg mal Glasscheiben, oder? Mach dat. Mach dat. So. Ach, nein. Wird sein, wir sind nämlich abkürzungen, oder? Genau. Ich würd sagen, unser Mühl ist fertig. Scheiße. Ne, noch nicht ganz, ne? Was, wieso nicht? So wunderschön. Hä 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 hä, kickt dir den mal da an, der kämpft schon wieder mit dem ... Ja, helft mir mal, ey. Sag mal, bist du zu doof, um Skelett zu killen, oder was? Sag mal, bist du zu doof und verstehst mich nicht? Bei mir hängt das. Ach so. da wollte ich gar nicht wissen was bei dir so alles ganz rüber kommen zweimal geschlagen und dann hat denn da alles so schön im inventar gehabt einige ab 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 von ihm nicht gebrauchen Prozent also glaschein wurde ich genau 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 machen ab aber nicht glaschein reinkündet eingebracht und zumindest Glas war zumindest gras gras immer wann die weiter hinten oder vorn glas blöck 38 lang wir die welche bauen also es sollte nicht dran hapern also 1 2 3 4 5 6 7 8 stecks glas blöcke habe ich gemeint brauchst du ja dann bringe ich die scheiben wieder rein ich hätte jetzt nicht scheiben mitgebracht die blöcke sind da schon besser reichen anderthalb stecks oder so mehr ja wird schon reichen ok hey alter hast du mir mein eis geklappt ne ich bin auch schon vorbeigelaufen darf ich zurück laufen mal eisengucken nach eisen gucken ich habe vielleicht ist der weg keine ahnung was sollten das haben also du ne ich habe es aber nicht das hat die welt verschluckt da kannst du jetzt wie frei ich bin nur dran vorbeigelaufen habe geguckt was da liegt mehr nicht vielleicht liegt ja noch da ich habe auch kein eisen gesehen kurioserweise deswegen wundert mich gerade die löcher die du da gelassen hast mit blöcken auffüllen eisen glas ja mit eisen blöcken bitte so soll das hier so bleiben das fenster so klein nein aber in der mitte halten ein nur oder von der breite her passt das schon so ich mir ne die ecke hier wird die noch zugebaut oder soll ich offen bleiben da kommt auch glas rein deswegen habe ich ja gesagt blöcke weil da passen nur blöcke weiß da funktioniert es mit den scheiben nicht